Happy Birthday Nyak Junga Is Hi Himwe Lon Lido Happy Birthday Bruno Fesio Happy Birthday Ashok Sharma Happy Birthday MX Sohel Happy Birthday Rhea Rahil Und Ich spiele immer wieder Free Fire Ich denke ich spiele BR Ranking Also dann viel Spaß Battle Royale Battle in Style Okay Ich spiele BR Ranking weil ich mit meinem Charakter zwei Charakterqueste habe Die ich eigentlich schaffen könnte Und das ist zwar einmal ein Kilometer laufen in einer Runde Oder ein Kilometer laufen Ich glaube das kann auch in mehreren Runden machen Und die andere Aufgabe ist Oh das sind Schlüssel Cool Die andere Aufgabe ist Töte vier Spieler Also das kann natürlich auch ein NPC sein Was sind hier die Waffen Schon mal Messer Oh was sind das Geld Ich habe noch keine Waffe Das gibt es doch nicht Kommt schon einer runter und ich habe noch keine Waffe Ich habe noch keine Waffe Ich habe noch keine Waffe Ich habe noch Im Aufwärt consegui Was für Laufensers A Anti-Scar Und der Woodpaper Einen Kilometer nach Einen Kilometer Einen Kilometer wie weit ist es denn zur anderen seite höre ich gleich mal nach wenn ich komplett über die insel laufe steck mich hier mal kurz zum unterstehen auf das sind genau ein kilometer sage ich jetzt war schon ein paar meter gelaufen also ich muss genau einmal umlaufen zwei kilometer richtung nord auf so auf auf so auf so auf so auf so auf so auf so auf auf so okay bis gleich okay runde 2 2 2 2 ich bin gleich hier voll raus und dann laufe ich in meinen kreis so ich will insure die yagami name lives on ich will ensure the yagami name lives on so 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 Das ist schon mal gut. Oh, da ist ja einer. F1 und F1. 1 und F Okay. 1 und F. Oh. Da habe ich schon einen Knopf gedrückt. Da ist der Schlüssel. Den haben wir auch schon. Echt gesagt, hatte ich den gerade auch schon. Nur der hat mir da nichts gebracht. Was ich mich voll erschrocken habe. Ja. Ja. Das war das. Ja. Das war das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ein Kilometer. Oder ein Spieler? Nee. Okay, hier ist aber kurz vorbei. Ich stelle mich hier... Naja, dann muss ich ja nicht. Aber... Schauen wir mal, was wir wegschmeißen können. Okay. Da ist eine Kiste runtergerollt. Okay, holen wir uns doch. Da ist ein Loch drin. Ach so. Nee, das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, was ich brauche. oder können wir die nochmal jetzt bin ich so wie andersrum laufen ok der noch weiter so rum was ist das eine für ne Quest gewesen? ich weiß es nicht 15 spieler wieder kämen. Ich habe da gar nicht aufgepasst. Okay. so läuft ein mpc muss noch vier leute killen kilometer und vier leute noch ein mpc sind da hin ist er schon tot was ist denn das so glaubend was hat er gehabt okay auch gut einmal aufrüsten die ist auch ich glaube es ist ein mpc ich muss doch noch einen kilometer laufen aber unter einem berg lang laufen das scheiße oh Nominating! Unstoppable! Rampage! Killing Spree! 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 Oh, super! Na gut, okay. Das war's für heute und das war's für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao! Bis zum nächsten Mal!